Christian Hafenecker von der FPÖ, er ist auch Generalsekretär der Partei, hat ein Schlusswort in dieser dringlichen Anfrage zum Thema Bekämpfung des Rechtsextremismus. Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, hohes Haus, Frau Kollegin Zaditsch, weil Sie vorher mit Ihrer Liste versucht haben zu zeigen, wie lang die Liste der Einzelfälle wäre. Ich habe da sogar von der dritten Reihe gesehen, dass hier vermeintliche Einzelfälle drauf waren, wie zum Beispiel der Udo Landbauer, der ja keiner ist, oder haben Sie irgendwas gerichtlich Anhängiges dabei gefunden. Wissen Sie, was auch interessant wäre im Vergleich dazu? Eine Liste der gerichtlich gestoppten Verfahren gegen Ihren Kollegen Pilz. Das würde mich interessieren, wie lang die Liste wäre. Das sollten wir uns bei der Gelegenheit einmal anschauen. Vielleicht auch noch eingangs, bevor wir dann zum Debattenthema kommen, noch eine Information für die SPÖ, der der Herr Landeshauptmann Trostkozil gerade ausrechnet. Also Rot-Blau wäre nicht gegen die Parteiligen, das sagte Ihrem Spitzenkandidaten Schied auch sehr interessant. Also vielleicht sollte Sie eher mit sich selbst auseinandersetzen, bevor Sie hier interessante Dinge in den Raum stellen. Aber zurück zu einer dringlichen Anfrage, die offenbar nicht einmal die Sozialdemokraten mehr interessiert, weil wenn ich in die lichten Rände der Sozialdemokratie schaue, ist schon erkennbar, dass es ein sehr, sehr polemischer Ansatz ist, der hier gegangen wird. Ich werde mir aber trotzdem ernsthaft der Angelegenheit nähern. Und meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie, den Anker, den Sie hier im Zuge Ihrer Anfrage setzen, der reicht Ihnen eine Zeit, wo wir uns alle hier im Haus darüber einig sind, dass wir alles Erdenkliche dagegen tun müssen, dass so eine Zeit nicht mehr wiederkommt. Und verlassen Sie sich darauf, wir werden das auch tun. Es ist auch eine Zeit, die die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte darstellt. Und daraus müssen wir auch unsere Lehren ziehen. Und auch das werden wir tun. Und das möchte ich Ihnen aber auch genauso ans Herz legen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie. Denn wenn man genau diese Zeit dazu heranzieht, politische Polemik zu machen, die Gesellschaft spaltet und schlussendlich ein Klima erzeugt, das auch in Gewalt münden könnte, machen Sie sich selbst zu möglichen Erfüllungsgehilfen eines Systems, das Sie augenscheinlich ablehnen wollen. Die Begründung der Anfrage geht sehr weit in die Geschichte zurück. Und ich möchte das nicht tun. Ich möchte nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, weil dazu schon alles gesagt wurde. Was ich aber machen möchte, ist, ich möchte mich mit den letzten 17 Monaten und dem entstandenen politischen Stil in Österreich auseinandersetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie. Frau Kollegin Rende-Wagner, können Sie sich noch erinnern, als im Zuge der Diskussion zur Arbeitszeitflexibilisierung nicht nur Millionen von arbeitenden Menschen von Ihnen mit Unwahrheiten verunsichert wurden, sondern Sie und Ihre Genossen einen politischen Akt gesetzt haben, der mehr als bedenklich war? Frau Kollegin Rende-Wagner, Ihre roten Gewerkschafter waren es, die Pflastersteine und Grabkerzen vor die Häuser unserer Abgeordneten gestellt haben. Wissen Sie eigentlich, was damit in den Familien angerichtet worden ist? Wissen Sie, was Sie bei Kindern angerichtet haben, die das vorgefunden haben vom Haus, die jetzt ihre Eltern gefragt haben, was hier vonstatten geht, Frau Kollegin Rende-Wagner? Sie können ganz gern herschauen. Das ist eine Sache, die Sie zu verantworten haben, Sie und Ihre Genossen von der Gewerkschaft. Applaus Frau Kollegin Heine-Schossäck, Ihre Gestik und Mimik zeigt, dass Sie nervös sind und ist auch gut. So wissen Sie, warum? Es gab keine Konsequenzen auf diese Handlungen. Die gab es nicht. Wissen Sie, was eine Woche später passiert ist, Frau Kollegin Heine-Schossäck? Da haben linke Aktivisten ein Feuer am Tag des Verkehrsministeriums entzündet. Ist das die Art und Weise, wie Sie Politik machen wollen? Gab es da Konsequenzen aus Ihren Reihen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Im Gegenteil. Sie haben rhetorisch aufgeschärft, Gewerkschaft auf Ihren Reihen sprechender von Regierung zu stürzen. In Kärnten behauptet eine SPÖ-Politikerin, die Opposition gehört überhaupt gleich in ein Flugzeug der Ethiopian Airways, in das Katastrophenflugzeug, das abgestürzt ist und der Sohn des von Ihnen geschätzten Landeshauptmannes von Kärnten bezeichnet Österreich als eine Nation, Frau Kollegin Rendi-Wagner. Das blieb konsequenzenlos, wenn Sie immer so gerne Konsequenzen sehen und wissen Sie, was Sie gemacht haben? Es war nicht nur konsequenzenlos, dieser Herr Kaiser hat jetzt sogar noch einen möglichen Platz im EU-Parlament. Das sind Ihre Konsequenzen, Frau Kollegin Rendi-Wagner. Extremismus jeglicher Art, egal ob Linker oder Rechter, muss strikt abgelehnt werden. Darüber sind wir uns einig. Und da darf man auch auf dem eigenen Auge nicht blind sein. Und das bringt mich auch schon zu der Frage, wie die Parteiführung der SPÖ darauf reagiert, dass Hoffnungsträger der sozialistischen Jugend bis jetzt keine Konsequenzen in Wiener Neustadt beim Herrn Wittmann den Lenin-Geburtstag feiern. Einen der größten kommunistischen Massenmörder, den die Welt je gesehen hat. Den feiern Sie und Ihre Jugendkollegin Wittmann. Ich bin gespannt, wie Sie das erklären werden. Ich habe dafür kein Verständnis und erwarte auch Konsequenzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Hoheshaus, ich habe vorhin vom politischen Klima in diesem Land gesprochen und möchte der Sache auch auf den Grund gehen, was dazu geführt hat. Zum Beispiel die Aberkennung der Menschlichkeit des politischen Gegners, wie es die SPÖ und ihre Vorfälle an den Organisationen dauernd machen, indem die VSSDÖ zum Beispiel Aufkleber verteilt, auf denen zu lesen ist, finde die rechte Sau, Frau Kollegin. Das steht auf Ihren Aufgebern drauf. Unterlieben ist ein Farbtrag in der Studie hinzusehen. Finde die rechte Sau. Das ist Ihre Diktion. Und ich möchte wissen, was Sie dazu sagen, Frau Kollegin Rende-Wagner. Was sagen Sie dazu? Das ist Menschenverachtung pur. Frau Kollegin, ist Ihnen klar, was Sie und Ihre Genossen für Zeichengesetz, also für eine Saat ausgesät haben in Österreich mit all diesen Dingen, mit dieser Agitation? Ist Ihnen klar, dass Ihre Genossen von der SPÖ Lang-Enzersdorf Postings machen, wo noch dazu drunter steht, Yes, we Pam, wo man den Kanzler und den Vizekanzler dieser Republik in harten Kreuzform abgebildet sieht? Ist Ihnen das klar? Ist Ihnen auch klar, welches Bild Sie darüber im Ausland über Österreich zeichnen? Übernehmen Sie die Verantwortung dafür. Es wäre, es stünde Ihnen zu. Am Ende führen genau diese Aktivitäten dazu, dass sich auch Journalisten radikalisieren. Wie der Herr Klenk zum Beispiel gestern in einem Tweet, den er zwar wieder gelöscht hat, wo aber trotzdem draufsteht, er fände es gut, wenn Wilimsky für seine Frechheiten gegenüber Wolf noch einmal den Tesa-Selbsttest macht, diesmal aber ohne Polizisten und ohne Auffangen. Frau Kollegin Rende-Wagner, das ist das Klima in der Gesellschaft, das Sie erzeugen. Ich möchte Ihnen daher am Ende meiner Ausführungen einen Spruch mitgeben aus dem Talmud, der gerade für die Sozialdemokratie sehr, sehr wichtig wäre. Beherzigen Sie den und handeln Sie auch danach. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.